Das Sonnensens. Ich freue mich jetzt schon. Ach, die beiden schon wieder. Huch, wieso bin ich auf einmal so schnell? Wir müssen zum Helikopter. Oh, das ist wieder so eine Tricky-Mission hier, oder? Unterstützen, ja. Geh doch mal aus dem Weg, seh doch nichts. Da wieder noch, hier. Ne, G18. Boah, was ist das denn? Ha, geil. Geile Waffe, Alter. Ich hoffe, die behalte ich. Ha, ich mache alle down, ey. Da, 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 da. Mach die Tür auf, ey. Ah, AK mit Rotpunktfrise. Geht klar. Was ist das denn? Na, ich nehme meine AK. Da sind auch noch welche. Oh, Leute, 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 Leute. Es ist etwas unübersichtlich hier. Und wie du siehst, kommen die von überall. Da ist das halt so, dass man manchmal jemanden beschießt. Wo ist das denn hin? Und Granate nochmal hinterher. Für die Kriechenden. Oh, ihr kriegt ja alle, ey. Oh, komm schon. Unterstützen. Oh, Auto explodiert hier, ey. Shit. Wir sind nur noch. Komm schon. Kriegst du alles, was du brauchst. Und was schießt du da hinten? So. Haben wir auch noch einen. Nachladen macht Spaß. Oh, der hat eine Pumpe gehabt. Oh. Oh. Lauf zurück. Boah, da war aber knapp, ey. Ja, 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 ja. Auf dem Balkon. Wo denn? Ich seh'n ab. Ey, der schreit hier rum wie ne blöde Kuh, ey. Ach, du bist ja gar nicht meiner. Äh, Ghost. Junge, was machst du denn da? Ich seh'n ab. Ich seh' ja kein, ey. Ich bin echt blind. Ach, da ist er doch. So, hab ich. Hatta, hatta, hatta. Oh, shit, 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 shit. Junge, Junge, Junge. Wenig Munition, ja. Ich hab mir schon sowas irgendwie gedacht. Ja, hier ist auch einer. Kann ich von hier hinten irgendwie ein bisschen Herz machen? Ach, die Folgen, naja. Stimmt ja. Woher die anderen sofort Bescheid wissen, dass hier einer kommt. Entschuldige, warum? Von links? Hallo? Nachladen. Ach, der lebt auch noch. Mhm. Na, nachladen haben wir. Was haben wir denn hier? Was hab ich da gesehen? Ha, geil. Ja, 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 ja. Jetzt kriegt der aber. Das ist ja mal richtig geil, die Knarre hier. Puta Madre. Das macht so Bock mit den Dingern. Ey, sag mal. Oh, ich sterb schon wieder. Warte, lass mich ins Klo. Jetzt hast du aber gekriegt, wa? Bubble halten. Also, theoretisch könnte man sagen, man hätte vier Schuss. Man schießt mit der linken. Zwei. Kann direkt nachladen und hat die Rechte auch noch zur Verfügung. Also. Wow, 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 wow. Okay. Äh, er ist down. Ah, warte mal, den krieg ich. Den hab ich. Oh, der hat mich. Damn you. Äh... Schon mehr so ein Bazooka-Schütze. Ich geh kaputt, ey. Aber ich hab ihn ja. Letzten Enden. Endlich. Was ist denn da los, ey? Ich mach jetzt ein bisschen Terp. Boah, ist die Pumpe richtig geil, ey. Ich muss ja weg. Ich bin schon wieder lebensmüde. Lebensmüde bin ich. Aber... Nachladen, nachladen, nachladen. Ich weiß nicht, wen du siehst. Shit, shit, shit. Alter, füllen die Dinger rein, ey. Richtig geil, ey. Ach, dahin. Junge, Junge, Junge. Auf den Barca. Boah, hast du mir die Füße weggewichst. Oh, oh. Ja, ja, warte mal. Bam, bam, bam. Die, die fliegen, ey. Boah. Ja, warte mal. Lass den Papa mal nachladen. Oh, Ruhe im Karton. Wah? Ei, ei, ei. Äh, noch nicht ganz Ruhe im Karton. Äh, noch nicht ganz im Ruhe. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ja, warte mal, warte mal. Ich hab da auch was für den Papa. Oh. Oh. Ihr macht mir das nicht einfach, Jungs. Mac Tavish. Was Mac... Oh, der gehört zu uns. Mhm. Hm, hm. Es wird nicht reichen. Noch mehr Feinde näher nicht dem Markt. Oh. Zu gefährlich. Wir werden die Landung nicht überleben. Oh, wenn du jetzt kaputt gehst, ne? Okay, wir helfen uns aus. Viel Glück. Wie wird... Jumst du denn so durch die Tür? So. Auf die Dächer. Kann jeder auch hoch? Ja, sicher. Kann er. Ich glaub, hier nehm ich mal ne Pumpe, ne? Hier, in Nahkampf. Kann ich mir schon vorstellen, ey. Wo soll ich denn da hinkommen? Neeeein! Doch, Leute. Ach, ne. Es sind so viele. Verdammt noch mal raus da und auf die Dächer. Bewegung. Beheilung. Rauch auf die Dächer. Ich weiß gar nicht, wohin. Boah, ist das geil. Junge, wie ich rennen kann. Wo seid ihr? Komm mal. Wie soll ich das denn schaffen? Der Treibstoff ist knapp. Sie haben 30 Sekunden. Vereilung. Ja, ja. Na los. Ach da. Oh. Boah, was ist hier zum Teufel los? Springen. Oh, leckt mich am Arsch, ey. Wie geil. Gott sei Dank, ey. Wie es aussieht, machen wir wieder einen Cut her, ne? Dann sag ich mal, bis denn. Ich weiß, wie du mir das da. Ich weiß, was er. Und dann kam. Wie soll ich mich jetzt mal weiter?